herzlich willkommen zu einem neuen video am dienstagmorgen heute trete ich mit broker finmax und meinem großen konto ich handel es 60 sekunden bis zwei minuten mein start trade beträgt hier 2000 euro ich mache zwischen 2 und 5 trades als nächstes suche ich mir einen passenden einstieg im metatrader 5 nach meinen einstiegskriterien unter berücksichtigung meiner sieben indikatoren der tagesnews und des richtigen chartbildes ich hoffe dass ich schnell einen trade finde aktuell ist er wenig los euro australisch dollar könnte was werden müsste allerdings noch steigen jetzt steige ich ein und gleich noch mal und noch ein drittes mal aktuell sind alle drei trades im gewinn deutlich im gewinn in der sehr schöne lange kerze perfekt gelaufen alle trades deutlich gewonnen bis zum nächsten mal adios